in den käfig springen nein natürlich nicht ja nun ich versuche es einfach noch mal dass man noch mal da hoch dass man noch mal auf die kisten springen vielleicht funktioniert das ja doch mit den schatten haut das überhaupt nicht schön da ist er doppelt zu sehen falls man es gerade gesehen hat so na klar kommt mir ja auf die kisten drauf anscheinend doch nicht ja dann gucken wir uns mal um wo wir noch was finden wie wärs zum beispiel damit erstmal nehmen bis wir den anderen eingang gefunden haben den nicht verhandelt das habe ich jetzt gar nicht gesehen du bist kein problem mehr für uns ich habe die vermutung bevor wir den papageien retten müssen müssen wir erst gegen den pirat antreten aber es ist eigentlich egal wir müssen eh noch gegen diesen piraten antreten der die tiere geführt hat ach das wars schon kommen wir den wenigstens gleich nein natürlich nicht wir müssen alles wieder zurücklaufen so so papagei auch das noch nicht so schnell das schaffen wir nicht und jetzt machen wir den jäger ein für alle mal fertig wir werden ihm zeigen wer das ich muss erst mal mit dem mithalten ja wunderbar so viel zum thema ich soll den jäger jetzt müssen wir das jetzt alles noch mal von vorne machen ach komm mit dir streite ich mich doch gar nicht mehr rum hey lass mich doch mit dir streite ich mich nicht mehr rum so jetzt schnell hier und jetzt machen wir den jäger ein für alle mal fertig wir werden ihm zeigen wer hier das kommando hat ja jawoll so nächste ebene das finale ja du hast mein wunderschönes schiff versenkt schon wieder hast du meine pläne zunichte gemacht das werde ich dir nie verzeihen diesmal kannst du was erleben versuch es doch ach so erstmal gucken wie wir hier machen ja 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 com ja ja und wir haben jetzt aber fast keine dinge mehr ja wenn der alles kaputt macht Komm schon. Na, komm schon. Äh, was denn nun? Nee. Das schaffen wir noch. Ich beeile mich doch schon. Ja, so nicht. So ist es doch gut. War das überhaupt so geplant oder war das jetzt gerade ein Bug? So, gleich haben wir ihn doch. Ja, haben wir den jetzt. Du hast mich geschlagen. Na, jawohl, jawohl. Na, perfekt. Und somit ist das Let's Play endlich, was heißt endlich, nun leider zu Ende. Ja, der böse Pirat, der ist jetzt auf der einsamen Insel, auf einer sehr einsamen Insel und holt sich da gerade die Seele aus dem Leib. Nun ja, war ein sehr schönes Let's Play gewesen mit Kaio und ja, das nächste Let's Play, das wird wahrscheinlich, ja, doch Divinity 1 sein. Aber das wird wahrscheinlich erst aufgenommen, wenn dann auch wirklich die Folgen hier draußen sind, ich weiß nicht wie viele Folgen das jetzt noch werden. Vielleicht so 10, 11, 12, ich weiß nicht, ob ich jetzt schon, ja, da können wir mal auf die Uhr gucken. Ja, doch, so zwölf Folgen wird es bestimmt. Ja, so gucken wir uns mal noch hier das Credits an, die ganzen Leute, die Gedenken. Marketingleiter, der Geralt Corsa. Ja, ich kann das auch gar nicht überspringen. So, was könnte man noch sagen? Ja, wenn wir da gleich dabei sind. Im Moment nehme ich gerade wieder Sequel 2, da habe ich ein bisschen vorgespielt. Und zwar mit einem Schattenkrieger, der ist auf Level 40 und einmal durchgespielt. Und da würde ich wahrscheinlich nochmal ein Let's Play anfangen. Und mit dem nochmal ein bisschen die Karriere, also die ganzen Missionen durcharbeiten. Natürlich werde ich da erstmal vorarbeiten, dass wir ungefähr so da sind, wo wir auch mit der Trujade waren. Ja, und das war's. Jetzt hier. Wir könnten jetzt eigentlich auch noch die ganzen Bonus-Level machen. Aber, ich muss ehrlich sagen, da werde ich eh fehlen. Aber wir können ja mal noch gucken, bevor wir das Let's Play beenden. Was so die anderen Teile noch waren. Weil das mit den Seilspringen werde ich wahrscheinlich nicht hinkriegen. Und das andere, was da noch war mit diesen, ähm... Ja, wo muss man da überhaupt lang? Ähm, das andere hier mit diesen, ähm, Bäume zersägen. Da mache ich mehr an Wolf, wenn ich da die ganze Zeit drücke. Aber wir könnten ja mal gucken... Warum nicht machen wir eigentlich schon stehen hier? Wir können ja mal gucken... Ähm, ne. Zurück zum Zentralplatz. Aber wir haben immer noch nicht 100%. Naja, gut. Aber wir machen auch nicht die 100%. Aber wir gucken mal, was wir jetzt mit diesem Bonus-Spiel noch machen könnten. So, wo war denn das gewesen? Die letzten Bonus-Spieler. Genau, hier waren die doch noch. So, na, da gucken wir mal. Wettrennen. Reaktions- und Angriffspaste abwechselnd, um zu rennen. Du musst das Rennen gewinnen. Auf die Plätze. Zertig. Na da, wieder hier. Rennen. Aber das scheint noch zu gehen. Runde 1 aber erst. Wie viele Runden müssen wir rennen? Boah, da mach ich mir doch schon wieder einen Wolf hier. Ich glaube, noch eine Runde jetzt. Am Ende müssen wir die 100 Runden rennen. Ich schaffe es nicht. Ich habe jetzt schon Probleme. Ah. Ah. Jawoll. Neuer Rekord. Und was kriegen wir jetzt dafür? Nichts. Ja, dann hat sich das Ohr erledigt. Dann werden wir auch diese Bonus-Runden gar nicht machen. Wir werden hier gar nichts mehr bekommen. Hm. Ist doch blöd. Hm, da kriegt man dann auch nicht extra noch was. Naja, gut. Dann würde ich sagen, somit beende ich das Let's Play jetzt hier. Ist ja auch beendet. Und da freue ich mich. Da habe ich auch mal wieder im Let's Play wie beendet. Nicht immer alle mit abbrüchen und hier Speicherstände weg und blablabla. Ja, und dann bedanke ich mich schon mal am Voraus fürs Zuschauen. Und ja, wir sehen uns bald in den nächsten Let's Plays. Tschüss.